hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von power world ja ich lasse jetzt die pfeile hier ich habe ein bisschen pfeile gemacht und was ich auch gemacht habe ist hier feuerpfeilarmbrust genau was habe ich gemacht und jetzt ist auch das ei fertig das brüten wir mal auslegen ein neues rein und dann geht's los ein fox ja das schön und dann nehmen wir ein neues ei immer das feuchte das eichen hier rein also wie ihr seht wir sind ausgerüstet wir haben jetzt am brust ich sagen muss das brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen feuerpfeilbogen wenn wir die armbust haben lassen wir dann hier hier moment mal warum sind hier wieder eier drin warum sind dass das hier drin ich das hier rein und das brauchen wir nicht gestehen meister noch hier hier noch die eier rein ja sonst immer alles mit so dann würde ich mal sagen ähm x x x eh sehr schön hui woher sind wir damit flott unterwegs habe ich gesagt wo gehen wir hin ja wir wollten zum dorf eigentlich schnellreise könnten wir machen wo hast du ein paar sphäre natürlich mit das sieht ja schon hab ich aus eine mammut hoch ja und was ich gerne machen würde ist ähm muss eine neue stelle suchen so ich möchte gerne zum dorf ja bitte vielleicht hat da jemand ähm weizensaat zu verkaufen hier ist niemand forschungsmaniac ist hier schon mal ein so richtig großer starke pall über den wick gelaufen oh ja meine hypothese ist ja dass solche palls so etwas wie anführer sind die andere palls in der gegend kontrollieren wenn man so einen zu seinem gefährden machen könnte wäre das schon praktisch aber sei bloß vorsichtig die sind mega stark danke für den hinweis das habe ich gemerkt so ich suche jetzt einen händler du bist nur ein pallhändler wir handeln nur mit legalen ja ja zeig ich mal kaufen ui eine kuh ich habe so viele palls ich verkaufe ein paar palls wie mache ich das immer also nicht so die guten das ist ich muss da ein bisschen was los werden von nein unsere katze auch nicht da haben wir nur erstmal ein zillet können wir ruhig geben hiervon haben wir auch schon ein davon geben wir ein fox geben wir ein fox geben wir ein mehr geben wir ein den behalten wir depression jgp kann man auch einen abgeben das kann man abgeben flambel behalten wir tombet jgp und fuak ausgewählt falls werden für ja ok und dann ich will die kuh haben die gibt bestimmt milch lumpen im kann man da info auch drauf klicken nein aber die will ich haben graf milch ergießt sich aus diesem pall wie wasser aus einem voll milch sehr schön ok jetzt habe ich ein pall gekauft aber ich wollte doch tratschtante ne tratschtante brauche ich nicht ihn brauche ich fahrenheit hey äh kaufen hast du weizen zufällig was brauche ich weizensaat quatsch mit soße was habe ich gemacht hat weizen ähm nein so viel geld gebe ich nicht aus ich brauche vier ich nehme vier ok sonst hast du noch nichts besonderes dankeschön auf wiedersehen Wolfi ach Wolfi komm her dann reisen wir doch schnell nach hause na und machen das Weizenfeld genau du bist schon ein bisschen buggy ne so nein du kannst auch ein bisschen draußen bleiben denn Steine sind sind hungrig muss ich jetzt tatsächlich auch noch Stein schlagen und jetzt Holz vielleicht geht's jetzt ja das würde ich natürlich gerne irgendwo hinstellen wenn die Herrschaften aus dem Weg gehen würden das Problem ist einfach die sind in meinem Weg jetzt geht doch mal aus dem Weg nein abbrechen ich sammle sie jetzt mal gehen wir ein bisschen arbeiten genau so kann ich vielleicht mal ein Weizenfeldchen machen ich hätte es gerne mit da dran gestellt aber das ist sehr groß dann machen wir es hier hin bis wohin ist denn die Grenze ich sehe das wieder nicht aber bis da okay sehr schön dann kann ich auch was essen und die Sachen ich mache wenn es geht in der Natur sehr schön hier werfe ich jetzt das Sattgut rein ist fleißig zu Gange er hatte aber auch viel zu tun kommt nur noch die sechs und dann machen wir wieder neue rein Max so zuerst starten so wir haben eine Kuh ich würde sagen fix kommt raus immer eine Kuh rein die gibt Milch jetzt erstmal gucken Lagerverbesserung baue ein Kochtopf ja kann ich ja noch nicht ich glaube da waren wir noch nicht mit dem Hochlevel soweit wo kam der Kochtopf der Kochtopf kam ganz weit unten hier Level 17 das dauert noch ein bisschen also wie gesagt wir haben jetzt eine Kuh die macht nur Kuh du ja ne ich will Flambelle behalten für Feuerdrüse die anderen sind halt am Arbeiten ich brauche die so okay muss ich hier noch Platz schaffen ich nehme mal die Hörner raus das das packen wir vielleicht woanders hin irgendwo hier noch was Holz kann man schon mal hier packen nein der kann eigentlich auch da haben wir so raus so der levelt ähm haben wir nicht das haben wir hier irgendwo habe ich aber doch die Hörner gesehen oh frech hier egal komm jetzt da rein okay dann würde ich sagen wo ist mein Hund wo ist Wolfi hin dann geht's los auf die lange Reise dass wir viel entdecken dich nicht du musst level 17 sehr schön wir laufen einfach mal geradeaus ah er kann noch schneller okay aber so ist eigentlich schon okay gut ich würde das aufsammeln Fox Bugs brauchen wir nicht dann lasst uns die Welt erforschen und schauen wo wir hinkommen ich weiß nicht mit dem Turm ob wir das schaffen ganz ehrlich guck mal auf die Karte der Turm ist mir noch nicht geheuer wir kriegen nur wieder einen auf den Deckel weich tun das okay noch so eine Frucht aber für welches Pal kann man das denn benutzen Wildschweine jetzt mal ohne Scherz wem soll ich das denn geben der drin hat eine Aktivfähigkeit gelernt Plasma nicht da Fähigkeiten können ein paar Bildschirmen getauscht werden weiß ich ob das okay ist oder sollen wir da reingehen welche Prats habe ich dabei die habe ich dabei sollen wir unser Glück mal versuchen Moment willst du bitte Hallo wie ist das mit dem Laden wie ist das mit dem Laden mit dem wie ist das mit dem Wo ist er hin? Level 17 Och, Menno, ich wollte einen Vogel haben Ich habe kein Glück mit dem Vögel Ich schieße die Vögel Warum habe ich Foxy draußen? Das ist ein neues Paar Sehr schön Ähm Wie Wie lade ich denn nach? Das ist aus Jux und Dollerei Ach, Tod Ja, ich denke, wir können mal ruhig da reingehen Komm Los Geh in den Turm Na toll, auch tot Äh, wo war der Turm? Da drüben Ich denke, es könnte schon klappen Wir schauen mal Äh, ja Äh 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 Ja Können wir erst mal springen? Gut Ich muss Ich muss Okay. Okay. Wir müssen gar keinen Schaden machen. Oh! 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 Das war's für heute. Oh Macht eigentlich mal ein anderer Pal hier was Der macht gar nichts, ne? Wir machen so wenig Schaden, ey Aber Das war's für heute. Ist mein Paar verletzt da oder warum ist es rot? Was ist es nicht? Na vielleicht schaffen wir es, aber es ist hart. Es ist ein Hunger. Ah. Not calm. Not calm. Not calm. Ich bin nur am Rennen hier. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Ich bin nur am Rennen hier. Ach. 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 ich glaube bitte müssen nur noch ein zweimal treffen dann haben wir mir tun meine finger will und dass wenigstens wir haben es geschafft mein gott bin ich okay ich würde sagen wie nach hause weil meine part sind sowieso zum teil tot ach das war krampfig okay ich muss meine der explodiert halt einmal und ist fertig der der lohnt sich nicht mitzunehmen ich nehme ich mit nicht jemand anderen mitnehmen können wir den hier er kann mit gift schuss ich nehme den auch mal mit so dann mal ein bisschen was rüstung ist beschädigt wir reparieren unsere rüstung rüstung ja bitte eisdrüse habe ich keine dann lasse ich die rüstung doch hier die rüstung lasse ich hier und diese rüstung ich mit und operiere sie ich bin ausgehungert oh gott mädel die rüstung die rüstung sonst als noch im schuss wir haben noch 232 feile hier kümmert sich keiner um die rüstung ist Warum bist du in meinem Lager, sag mal? Verschwinde-Bus. Okay, der scannt. Oh, das ist aber sehr schön. Gut. Wir sollten doch was bauen. Genau, Technologie bauen und dann... Ja. Eisentour. Oh, ich hätte das nehmen sollen. Letzte Sekunde habe ich das gesehen. Okay. Detail-Bahn. Toll, genau. Ein. Das heißt, ich muss mal Erz farmen. Nein. Das ist mein Spitzhack. Da. Sehr schön. Okay. So, Sphäre. Schau, was. Ei oder so. Nein. Ich baue mir hier Steins noch ab. Okay. Kommt ja auch schon ein bisschen Erz drinnen vor. Oder Palium. So, gut. Abbrechen. Zip bilden. Maximo. Maximo. Zu starten. Brauche ich jetzt mal ein Feuer... Feuermacher. Okay, ich mache mal die Fackel aus. Ich glaube, die Fackel kann ich ausmachen, dann geht er auch da weg. Oh, das Eis... Auch fertig. Gucken, was da rauskommt. Oh, ein Cellaray. Sehr schön. Habe ich noch Eier? Ja. Ach, wir nehmen mal das saftige Grüner, packen es ein. So. Aber ich brauche jetzt jemand, der Feuer macht. Foxy kann ich auch nicht... Foxy kann... Warte, ich versuche mal Foxy. Ey, der Elefant. Foxy hier. Na. Genau, mach mal. Ich gucke mal ein bisschen noch nach... Gestein hier. Eigentlich wollten wir wieder weg sein, ne? Ja. Aber ja. Dafür haben wir den Gegner besiegt. Endlich mal. Okay, reicht. Ähm. Was kann hier rein? Leder kann rein. Stein mach ich hier rein. Was haben wir hier? Jetzt kann hier rein. Ich habe gerade gesehen, dass ich das woanders habe. Kann da rein. Das kann auch da rein. Das kann auch da rein. Sonst noch was? Das kann da rein. Holz kann auch da rein. Fleisch mach ich in den Kühlschrank. so. Okay. Hm. Medizinkanten rein. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich mach mal die Weizensaat hier mit rein. Ach komm, ich mach das Horn auch rein und das auch. Ich bestimmt irgendwo anders, aber okay. Zu essen habt ihr genug. Ja, ich geb euch noch ein paar. So viele muss ich ja auch nicht mit mir rumschleppen. Die Milch mal im Kühlschrank, sonst geht's kaputt. Milch mal im Kühlschrank. Ich mach mal Weizen auch hier rein. Ähm, danke. Und jetzt, was wollte ich machen? Topf. Machen wir denn den Topf hin? Machen wir mal hier hin. Hauentopf auch. Und dann können wir noch ein neues Pal gleich hier rein setzen. Sehr gut. Milch und Pipapo. Geht das dann schneller, wenn man es hier macht? Keine Ahnung. Lagerverbesserung. Sehr schön. Bauwaffenwerkbank. Ich kann ein paar Einsätze. So. Was kannst du? Nur sammeln. Du sammeln und transport. Du. Bewässerung und transport. Du. Bewässerung und transport. Dann will ich doch mal sagen. Mach du mal. Auch Bewässerung und transport. Und dann muss ich mir gucken. Waffenwerkbank. Du. Bewässerung und transport. Du. Bewässerung und transport. Die Palsfähre. Auch Topf. Die. Die. Die kommt erst ab Stufe 20. Meine Waffe ist kaputt, ich muss die reparieren. Ja. Kann ich nicht eigentlich schon bessere bauen? Ich brauche natürlich Stein, Metallspitzhacke, Metallwaren, na toll. Ja, egal. So. Was macht ihr Feines? Oh, Milch einsammeln. Hehe. Monkey. Okay. Wir bauen jetzt natürlich noch ein Bett. Stimmt, ja. Ich würde hier sagen, wir bauen direkt noch eins. Sehr schön. Aber kommt bitte eurer Arbeit auch nach. Gut. Komm weg müssten wir eigentlich auch mit rumrennen, aber dann habe ich das Problem. Ich kann meinen Hund nicht raussehen. Also so wie meine Gruppe jetzt ist, ist okay. Der Kleine muss noch ein bisschen lernen. Bot ab. Was baut er denn ab? Was geht er abbauen? Hm. Okay. Ja, ich würde aber sagen, ich beende jetzt den Part. Das war wieder ein langer Part. Ich komme nicht weg hier. Von dem Spiel. Ja. Im nächsten Part ziehen wir dann wieder los. Depressor. Wann kann man denn, was kann man denn noch machen? Farm haben wir. Hier ist noch was Unbekanntes. Wir können Handschuhe für machen. Hier ist Schild. Giftbogen habe ich jetzt nicht genommen. Was gibt es denn sonst noch in der nächsten Zeit? Ein Fleischerweil. Armbrust haben wir. Das hätten wir auch mal machen können. Kindalsattel. Oder Schiele. Wichtiges Objekt. Okay. Schränke. Unbekannte Gegenstände. Aufsichtskanzel. Okay. Kamin-Sit. Also richtig schön Häusle bauen. Das mache ich in einer anderen... Oh, Steinbau-Sit. Eisküller. In einer anderen... In einer anderen Region. Was? Ja, ich sage ja, Zuchtfarm. Level 19. Ja, Level 19. Was für Levels sind wir jetzt? Ich würde mal sagen, ich mache nochmal Gesundheit. Level 17. Komm hier nicht. Ich kann Lust auf den... Jetzt kommst du natürlich nicht hoch. Verdammt, der kommt nicht hoch. Also... So... Eigentlich müssten wir... Nicht nachdenken. Das ist... Ich wollte eigentlich ein bisschen die Viecher sammeln, aber okay. Nein, das geht nicht mit den beiden. Ich bin nicht schnell genug. Jetzt war ich schnell genug. Bleib drinne. Kann man ja schon ohne Kampf fangen. So kann man natürlich auch ein bisschen Punkte machen. Der haut natürlich ab. Aber ich habe hier eine Palsphäre erwischt. Okay, Elin. Letzte Sekunde. Er sieht so mürrisch aus. Er sieht wirklich mürrisch aus. Gut, ihr Lieben. Nein, es reicht. Ich werde jetzt nicht mit Gewalt versuchen, auf Level 19 zu kommen, weil ich diese Farm gesehen habe. Zuchtfangen. Da kommen wir noch früh genug hin. Gut, dann geht's ab nach Hause. Genau. Wir gehen nach Hause. Wohnen uns aus. Lassen es uns gut gehen. So. Haben wir noch mal ein Hühnchen. Das ist unser Zuhause. Ja gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Der Elefant macht mir Angst hier. Kommentare, Tipps und Tricks wie immer. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part gehst du weiter. Bis dahin. Adios.